Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei Vielfalt 16 Karriere mit Millwall Und uns natürlich, wir voll Spacken Ja, heute unser zweites Vorbereitungsspiel gegen Valeringa Oslo, glaube ich Müsste eigentlich sein Ja, eigentlich schon Wenn mich jetzt nicht alles täuscht Ja, das erste Spiel haben wir ja gewonnen, 2-0 Genau, so muss es sein Juppie, Schweinebacke Und wir wollen natürlich jetzt nochmal 3 Punkte Dann sind wir nämlich schon sicher weiter So, da sind wir auch schon im Stadion Ja, es ist Oslo Cool In der Crown Lane Coole Sache auf jeden Fall Ja Wollten wir unbedingt jetzt sehen, oder? Was, dass die rote Stutzen dran? Ja, ja Voll Äh, ja Wem war ich doch da? Aua Der hat Aua Ach, Mann, Scheiße Kann dir mal jemand helfen? Schön abgefangen Das war ich aber nicht, das war der PC hier Also Computer Schade Weiter, weiter, weiter Weiter kämpfen und siegen Weiter, weiter Nee, 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 nee Ah, nix da Ecker Abgeklärt Das sah eigentlich ein bisschen aus wie Ronny Von der Frisur her Also den Ronny von FIFA 15 Ja, sicher ist sicher, Entschuldigung, aber Schön geklärt Ja, ja Ja, ja Craig Mein Name ist Craig What? Joshua Craig Hey Lauf, 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 lauf da hat er ihn links überholt rechts vorbeigegangen Mitte, Mitte, Mitte Nein, ich trete keine Bälle wir können doch auch nichts dafür aber schön gespielt Hand Hand ich bin heiß wie ein Schnitzel heiß wie ein Hühn bock, 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 bock ne, ne, ne sind wir im Zoo, oder? Oh, da liegt einer von Jo, 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 das bin ich, ne ich warte mal ganz kurz was hier passiert ne, 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 ne sauber, sauber, sauber der sieht echt komisch aus wer so davon dackelt auch guck mal, abschössender ja, ja, perfekt hab ich da raus, bunt ja, besser ist es für dich, ne ja, ja sonst kommst du auf die Strafbank ne, ne, danke ne, sie auf Cloni oh, komm ich nicht vorbei da stand da um bien nichtda liquid was verdreht es macht die in der Welt was man noch mal zurückkommt der Form abgesehen dass alle Spiele ausgewechselt werden oder fast alle wenn du nicht so gut er hätte es gewusst dass da so leicht vorbeikommen 5 bis weitergerannt jetzt müssen wir langsam ein Tor schießen Kieber ist da er macht es schon mach keinen Scheiß jetzt da mit dem der kann da so manchmal so ein paar Spuren zu machen oh ein bisschen weit aber kriegst du noch locker 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 hättest du ja noch ein bisschen Zeit gehabt Schade Flanken komme ich auch noch nicht klar mit oh was für ein Auge Hand Schiri Nein Entschuldigung der Holzverlass wieder unterwegs ja typisch du 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 ne alter Verwalter also ich würde sagen beigespielt ja 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 ne ist klar das war nicht mit Absicht höchstens mit dem Fuße Agree bald komme ich auf die Strafbank bin ich ja mal gespannt ob es sowas irgendwann mal beim Fußball geben wird so 2 Minuten strafen oder sowas ein bisschen wie beim Eishockey oder was es wäre aber mal interessant so ey du hast falschen Einwurf gemacht 2 Minuten Feierabschluss 2 Minuten Feierabschluss 2 Minuten Foul 5 Minuten ja sowas zum Beispiel einfach mein ja warum denn nicht dann müssten wir das Spiel entwickeln ne ja ähm aber wenn wir dann spielen dann haben wir gar keine Spiele auf dem Platz Hugo nein war ja auch nix frei war absolut keine Sau zu sehen der den beikregen könnte wow hm im letzten Moment hat er mich noch aufgereihten jetzt auch noch abseits die Jahre Jackpot was war das denn verzeiht uns wir sind Neulinge hier bei FIFA 16 oh mein Gott ich spiele schon so lange FIFA ja eigentlich müsste ich der Gott ihm selbst sein ich weiß noch damit habe ich äh FIFA 98 da wo die Sonderedition für die Weltmeisterschaft in Frankreich rauskam die habe ich sogar gespielt ich auch ja mach 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 du machst das schon ja ja ist alles gut nix gesagt da oben kann ich nix machen mit meinen Spielen ja ja dann gehen bleib stehen ist ok kann man machen so eine Mähe ja braucht noch länger ziehen ja das die haben ja eigentlich gesagt das ist alles ein bisschen schneller gehen soll ne äh sieht man ja vollgebackt äh gefixt alles die Annahmen sind ja mal katastrophal ja die sind teilweise echt krass ja da ist ja FIFA 14 besser gewesen zack ein Faul hab ich auch so gesehen ach nein ich wollte es nicht wegdrücken nein nein ich wollte es nicht wegdrücken nein nein wer mich davon umgehauen ey Schiri was los mit dir was sagt ihr hat er ihn umgehauen oder hat er ihn nicht umgehauen ich weiß es nicht hab nicht ja ja es geht schon wieder super los hier klar ey er hat ihn echt zu weit vorgelegt mein Fehler mein Fehler alles cool ich wusste dass er es ja nicht trifft ja 0-0 zur Halbzeit da ist aber auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial ja ach ich mach mal sowas hier ok fehlentscheidung ey der Computer müsste eigentlich mal ein bisschen mitmachen hier mit dem Pressing schöner Seitenwechsel uuuhh schade ich dachte eigentlich da geht auch weiter der Ball ach ja er grätscht und grätscht und grätscht genau nein schade war schön unter Druck gesetzt manchmal wird es belohnt leider jetzt nicht man will die nicht uns einfach den Ball gegen warum müssen wir uns den immer erkämpfen weißt du schade alter äh was scheiße äh scheiße ich hab ihn ja ja du bist so ein Witzbold ey ja jetzt wieder ganz rüber lasst uns mal laufen ja wir wir können ja laufen das machen wir So wurde der noch mal gefährlich, wa? So, jetzt Konter. Schön kreisgedrückt. Schaddi, schaddi, schaddi. So wollen wir mal ausgeklämmen und mal ein paar frische Spieler reinholen. Also, ein paar frische Spieler. Scheiße, so viel, die nicht mehr können. Haben wir ja ne schöne Bank, wie im letzten Spiel schon angesprochen. So, du spielst auch mal, weil du wolltest. Und zack. Einmal bitte neues Team. Man diskutiert doch nicht so lange. Ihr habt doch nen Freistoß, was freut ihr denn? Ne Karte gibt's auch noch? Oh, voll die Details, ey. Kiek mal, da stehen sie. Ah, guck mal, da haben sie nicht hingekriegt, ne? Dass alle Auswechselspieler dastehen, haben sie nur drei hingekriegt. Ah, ne. Ah, hm, schön. Tja. Tja. So, weiter jetzt. Der Rotteam, der hat ne gelbe Cori. Ne, ne, nicht angehen, ich mach schon. Ah, Mann. Ja, ja, genau. Tja. 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 Weiter. Tja. 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 Der Huize Nina. Gott. Jymi Corona, genau. Tja. 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 Kalau youreie manche in W Grey. Hatsch wirwürger nicht geg aireller. Tja. 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 sowas von was finden nur ist jetzt durfte ich hier und also jetzt reißen uns mal hier am Arsch am Riemen und treten im Arsch so rum was ja wietzigkeit was war das? war das ein V oder was? scheiße zum Ball ey nein oh ja genau so oh mein Gott wie kann denn den Fall fehlen ey den habe ich schon so oft gemacht so ein Tor und so oft auch nicht ey der hätte aber drin sein müssen ja das schäme ich auch dafür so ein bisschen aber was soll ich machen mehr als drücken kann ich nicht würde jetzt irgendein anderer sagen ah scheiße uhuhu okay wie wollen sie jetzt Alter Genauso Schade Jetzt drehen wir nochmal auf hier Der Schuss an die Latte Was war das denn Der war auch gut Schönes Ding Ja Wo sind sie Da Ja Ist doch der Irgendein Verteidiger der den Fehler gemacht hat Wo du so meintest Der kommt raus Ach ja stimmt Sauber Gott sei Dank haben wir den nicht rausgenommen Gute Entscheidung Er ist auch ein Riese da Keine Chance Guck mal wie er da steht Und dann BAM Ja das habe ich schon mitgekriegt Ecken kann ich bei FIFA 16 besser als bei 15 Habe ich auch schon zwei Drei Tore geschossen mit Bei meinen Karriere pro Spieler Ja Jemand schmal Tut mir die Spieler leid von mir Also die mich spielen müssen Ja das habe ich schon mitgekriegt Ja das habe ich schon drin gesehen Was ist da hinten drauf zu stehen Karglas Ja Weiß ich nicht Aber ich hätte nicht drauf geachtet Müssen wir mal gucken Müssen wir mal gucken Mäßig nicht Ok der ist weg Brauch ich nicht hinterher rennen Was ist denn los jetzt hier Ah die Standards Bei FIFA 16 Äh bei FIFA generell Wer der durchgekriegt Ehm Hau nach vorne Hau einfach nach vorne Volle Pulle Alter Ist jetzt eh Ende Also sollte es eigentlich sein Schön, wir sind weiter 1-0 Sieg Wir sind im Halbfinale Also ein Spiel haben wir ja noch in der Gruppenphase Aber wir haben noch kein Gegentor gekriegt Das ist verwunderlich Ja, hier noch ein paar Highlights Wir verabschieden uns für das heutige Spiel Genau Wie immer könnt ihr einen Daumen hoch da lassen Wie immer Macht er ja eh nicht So, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß Ja, hoffe ich auch Eine Menge Spaß hatten wir heute wieder Und nächstes Spiel haben wir auch wieder Spaß Also bis dann Bis dann Tschau